Irgendwo, wo es mir noch nicht so sehr passt. Oder doch. Und der Erde, worauf ich mir Hügel bauen kann. Hügel im Sinne von Aufstiegshilfe. Nicht Hügel im Sinne von, ja. Ach nee, Quatsch hat sie nicht. Oh, ich red mich hier im Kopf im Kragen. Ja, weil du bist mir einer. Ja, kann sein. Ah, hab ich wohl zu viel geholt. So, da la. Ich weiß dann sonst nicht, was ich noch tun soll hier. Wenn das jetzt nicht reicht. Dreh aber durch. Ich weiß nicht. Boah. Mann. Bin und nädt. Ach, genau. Ich glaub. Da ist noch ein Mauer. Na super. Wie hat es auch geklappt, hätte ich jetzt gesagt. Was ist das für Quatsch? Ne, komm. Dann muss ich doch wohl... Das sieht schon mal viel besser aus. Ah ja. Die Sonne geht auch, das... Sieht sowieso wieder idyllisch aus. Da bist du so schnell. Oh, bisschen. Ja, ja, ja. Aber das ist das für deine Freundschaft. Du bist so schnell, die dir noch nicht so gut, die ich mit dir stehe, oder? Ich hab dich schon gefühlt. Sehr gut. Wie war das? Du bist so schwer. Ich hab dich unter anderem. Na komm. Ich liebe die Arbeit. Ich liebe es. So, wehe. Jetzt klappt folgendes nicht. Oh! Das heißt aber trotzdem, ich darf jetzt nochmal wieder Holz reinholen. Das sind jetzt extra für Bretter hier. Für diese kleinen Bretter da. Da muss ich ja irgendwann bohre. Butchery Table. LOL. Stuhl. Contract Board. Ah, da sind die Türen. Human Lock Door. Die passen doch wohl besser. Die passen ja wohl viel, viel besser. Eisbox. Alles klar, da liege ich mich schlafen. Ach, das sind die Schilder? Ja gut, wenn ich die jetzt erst auch bauen kann. Toll. Du bist lustig, Viraxu. Stell mal ein paar Schilder auf, falls du heute nicht weiterkommst. Ja. Jetzt kann ich doch Dingens aufstellen hier. Research Table. Äh. Ach. Äh. Äh. Hä. Äh. Ok, jetzt werde ich zu übereifrig. Wo ist das da? Freude! Jetzt! Ach, ernsthaft? Warte mal! Was braucht es nochmal? Ach 72, ey! Jo, weil es ist im Prinzip nur ein bisschen vergrößern Ja komm, das können wir machen Ja komm, das ist im Prinzip nur ein bisschen vergrößern Das sollte dann aber passen Wie gesagt, ich weiß nicht, wie groß die Türen Eigentlich sind, ne Eigentlich sind, ne Oh So So, jetzt kann ich ja Was ist das jetzt wieder für ein Quatsch, ey Ach komm So 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 Ich bin enttäuscht. Ich bin mega herbe enttäuscht. Keine Samen, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Wie viel von diesen Dingern truppen da mittlerweile? Ist ja auch nicht mehr feierlich. Oder dass mein Inventar immer so schnell voll wird. So, du jetzt aber. Ja. Das ist echt ein Pitz. Echt ein Pitz gerade. Ja. 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 Was ein Gezedere. Was man hier probieren könnte, mache ich jetzt einfach mal hier ein. Einfach mal hier einigen gepflanzt. Schauen wir mal, was da raus wird. Die Steine können wir eigentlich ruhig mal auffüllen. Äh, das heißt wir brauchen 75. Das wird schon passen. Die Steine können wir nicht mehr schließen. Ah, gucke gucke. Ach, gucke gucke. Was ist es, Mann? Was ist denn jetzt los? Ah, ok. So, ich muss ja auch aufpassen, dass ich hier auf die Zeit komme. So, das Lager ist voll. Mal stellen. So. Wo hatte ich jetzt nochmal... Ach. Ach. Wo bin ich denn für ein Vogel sehe ich gerade, ey? Soll ich zwei Runde zu bauen, obwohl ich schon längst einen habe? Ich platziere es einfach mal hier hinten. Du siehst das schon fast gar nicht mehr. Äh, warum geht das jetzt nicht? Ah ja, jetzt jetzt. So, warte mal. Ich konnte mit den Blättern ja auch noch was machen. Ja, genau. Sorry. Wo nimmt das sich die Power her? Ach, noch von der Eigenkohle. Ah, ist klar. Wenn das jetzt fertig läuft, kann ich jetzt hier weitermachen. Mensch. Also wie? Wie geht's da drunter drüber? Du kommst gar nicht zur Ruhe. Absolut nicht. So. was war das? Hat er sich... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was sehe ich denn hier, ey? Das wird mir echt...